Packende Ringer-Reportage, präsentiert von folgenden Firmen. Traxler Haustechnik Willisal Bragg, besser online einkaufen Stutzbau bietet Lehrstelle Reifise Swiss Helikopter, irre kompetenten Partner für alle Helikopterflüge und Helikopterflüge. Leer Milchtechnologe, wie wird dich jetzt bei der neuen Napfmilch AG? MS Vollflur, Unterlagsböde St. Erhard, darauf stehen wir. WILE SAO E. Schweizer Meister WILE SAO E. Schweizer Meister Endlich nach 2014 wieder geschafft, zum 14. Mal Rekord. Gewonnen gegen Freiamt. Fassungslos. Der Sieg, so etwas von knapp. Nicht mit der drückenden Überlegenheit, sondern am feinen Fähdchen ist es kann. WILE SAO E. Schweizer Meister WILE SAO E. Schweizer Meister Le erste Heutet WILE SAO E.凄ge WILE SAO A WILE SAO ES In der Tat, Freiamtverdienst zu feiern. Bis zur letzten Minute, bis zum letzten Kampf ist alles offen. So fair muss man sein, der Sieger hätte ja auch Freiamt heissen können. Achtung! Da auf Tele-Napftele, Zentralschweiz, Gsanders. Die entscheidende Situation, sie bringt dem Jonas Bossen den Sieg. Und Willi soll den Schweizer Meister. Chinesischweiz, Gsanders show, Fertig. In der Tat, Freiam with Benio, Gsanders show, es wird seitdem, die Musik nach der Tat, Freiam mit ihrem Leben und auskczniemitnesses. So weit sind wir heute im Ingenpruch, die Musik nach Marques und woher, das ist das ein Motiv, das sind die Musik nach Gronen. . Alles geben, alles versuchen, das hat auch Freiam gemacht. Challenge! Vier Sekunden von Schluss beim Stand von 4 zu 1. Dramatik pur. Nach eineinhalbminütiger Beratung der Scheizrichter wird Jonas Bosse sogar an einen Punkt zugesprochen. Den Rest ist vor dem Sach. Der Rest ist vor dem Sach. Zwei! 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 Jubel bei den Fans. Gratulation für den Bossert. Gratulation für eine kompakte Willisauer-Mannschaftsleistung. Wir verlieren! Wir verlieren! Wir verlieren! Wir verlieren! Trotzdem auch das Freiamte feiern verdient. Die Gelb-Blauen aus Margau haben am Schluss mehr gefordert, als wir erwartet haben. Wir verlieren! Silber und dazu eine grosse Portion Respekt! Wir verlieren! Wir verlieren! Wir verlieren! Wir verlieren! Wir verlieren! Und heute ist der Saisonabschluss seit 2014, der 14. Meistertitel, insgesamt Rekordmeister. Verpassen Sie auch nicht an unsere ausführlichen Reportagen mit weiteren Impressionen der Siegesfeier, mit detaillierten Analysen der wichtigen Kämpfe und interessanten Interviews. Demnächst auf diesem Sende. Auf den Kopf! Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Traxler Haustechnik Willisal Brack – besser online einkaufen Stutzbau bietet Lehrsteller Raiffeisen Swiss Helikopter – Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransporte. Lehr-Milktechnolog bewirre dich jetzt bei der neuen Naffmilch AG. MSV Flur Unterlagsböde St. Erhard – darauf stehen wir. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR